Spieltag Nummer 9 der Bundesliga steht an und wir wollen uns heute jedes einzelne Spiel anschauen und jedes Spiel auch tippen. Schreib deine Tipps gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Wir beginnen am Freitag um 20.30 Uhr und hier mit der Partie Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Und boah, was ist das ein geiles Spiel am Freitag um 20.30 Uhr und ich bin ganz ehrlich, ich bin in einer kleinen Zwickmühle. Denn der VfB Stuttgart spielt bisher eine ein bisschen durchwachsende Saison, aber man muss auch sagen, man underperformt auch. Man hat ja drei Siege, drei unentschieden, zwei Niederlagen, man spielt aber offensiv einen richtig guten Ball, ist hinten aber einfach zu anfällig. Ich meine 16 Gegentore bei 17 geschossenen Treffern, das ist hinten einfach zu viel. Bayer Leverkusen auf der anderen Seite auf Platz 3, fünf Punkte Rückstand auf die Bayern und Leipzig und auch hier muss man sagen, die wirken eben nicht so sattelfest, wie es noch in der letzten Saison war. Jetzt spielt man in Leverkusen und das Spiel war in den letzten, ja insbesondere im letzten Jahr, ja ein absoluter Klassiker. Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga, als auch abgeschwächt im Supercup dann vor der Saison. Das waren immer brutal geile Spiele und ich bin ganz ehrlich, der VfB Stuttgart hätte es jetzt langsamer verdient, in Leverkusen, in der Bay-Arena zu gewinnen. Ich glaube es aber ehrlicherweise irgendwie nicht. Ich glaube, das wird wieder so ein richtig bitteres Spiel und man verliert am Ende knapp. Ich glaube, das wird hier 1-2-1 für die Werkself. Wir kommen zum Samstag 15.30 Uhr und beginnen hier mit der Partie Bayern München gegen Union Berlin. Und die Unioner sind auch mal wieder brutal unterwegs. Platz 4 momentan am Wochenende. Davor hat man ja jetzt gegen Eintracht Frankfurt 1-1 gespielt. Das ist durchaus achbar, muss man sagen. Die Bayern auf der anderen Seite. Tabellen erster, zwei Unentschieden, sechs Siege, schon 29 Dinger gemacht in acht Spielen. 29 da bei sieben Gegentreffer. Das ist natürlich ein bisschen viel, insbesondere wenn wir uns das mal angucken mit RB Leipzig, die drei Gegentreffer haben. Auf der anderen Seite Union Berlin übrigens nur fünf. Dementsprechend da auch eine richtig gute Defensive. Die haben aber auch erst neun geschossen und sind damit auf Platz vier. Das ist Union Berlin at its best. Aber es ist irgendwie wieder geil, dass sie da sind, so wie sie es machen. Und ich glaube, auch in der Allianz-Arena wird das brutal schwer für die Bayern. Die werden es aber holen. Also mal ganz im Ernst, ich sehe die Bayern hier definitiv vorne. In der Allianz-Arena werden die das machen. Ach, in Köpenick hätte ich nur gesagt, hey, das könnte noch irgendwie ein bisschen schwierig werden an der alten Försterei. Aber so glaube ich, die Bayern werden das am Ende souverän machen. Ich glaube, das geht hier mit einem 2 zu 0 aus. Wir kommen zur nächsten Partie und das ist Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Und ach, die Bochumer tun mir irgendwo leid. Ganz im Ernst. Ich meine, man wechselt den Trainer, man hat jetzt eine Interimslösung und dann spielst du halt auch einfach gegen die Bayern und gerätst da natürlich mal wieder unter die Räder. Und das ist ja auch ganz an sich nichts Verwerfliches, passiert aber zu häufig und damit ist es halt einfach schwierig. Man steht momentan ganz unten. Platz 18, ein einziger Punkt. Sieben geschossene Dinger. 22 schon kassiert nach 8 Spielen, auch hier wieder. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt, bei denen läuft es durchaus gut. Platz 6 momentan. 4 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Jetzt die letzten Wochen, da waren es dann doch ein bisschen wenig Punkte in den letzten 3 Spielen. 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Da muss es jetzt dann auch mal wieder was her. Und ich sage euch ganz ehrlich, letzte Saison hätte ich gesagt, das wäre prädestiniert, dass Bochum jetzt gewinnt. Denn da waren die Frankfurter regelmäßig der Punktelieferant für andere Mannschaften, die dann plötzlich doch irgendwie dort gewonnen haben. Aber im Waldstadion mit der Eintracht, die durchaus einfach auch in guter Form ist, glaube ich nicht, dass Bochum hier den Bock umschmeißen kann. Ich glaube zwar, man wird treffen, man wird aber am Ende mit 3 zu 1 verlieren. Wir kommen zur nächsten Partie und das ist Holstein Kiel gegen Heidenheim. Heidenheim ist das absolute Mittelmaß der Tabelle. Platz 10 momentan mit 10 Punkten. 3 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Auf der anderen Seite Holstein Kiel, Platz 17. Gerade mal 2 Punkte, 2 Unentschieden. Auch da bereits 23 Gegentreffer kassiert und damit die meisten in der gesamten Liga. Haben aber übrigens 10 Tore geschossen und damit, nur mal als Vergleich, ein Tor mehr als Union Berlin. Da sieht man mal, was eine Spielweise ausmachen kann. Die haben 2 Punkte. Union Berlin hat 15. Mit einem Tor weniger, aber natürlich auch ein paar Gegentreffer weniger. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man alleine das einfach mal nur vergleicht. Ich tue mich sehr schwer mit der Partie, denn Holstein Kiel, Heidenheim, die waren bis jetzt noch nicht wirklich gefährlich, aber die zeigen in Ansätzen immer wieder, dass da mehr gehen kann. Und ich glaube auch, dass da noch mehr gehen wird in der Saison. Auf der anderen Seite Heidenheim, das ist halt so eine Mannschaft, die ist jo, aber jo. So ungefähr hätte ich das jetzt ausgedrückt. Das ist halt so ein Mittelding. 12 Tore geschossen, 11 kassiert, letzte Woche ja diese Unentschieden, davor auch 2 Wochen verloren. Dementsprechend, da ist jetzt auch nicht alles tiptop, aber in der 2. 1. Liga-Saison ist das vollkommen okay. Ich glaube aber irgendwie, dass Kiel hier einen Punkt holen kann. Deswegen gehe ich am Ende jetzt tatsächlich mit einem 1 zu 1. Wir kommen zur Partie Hoffenheim gegen St. Pauli und das ist so ein kleines Krisenduell, 15. gegen 16. Und natürlich ist die individuelle Qualität eindeutig auf Seiten der TSG. Die sind individuell deutlich besser aufgestellt als St. Pauli. Heißt das was? Überhaupt nicht. Hoffenheim 8 Punkte Platz 15, St. Pauli 6 Punkte Platz 16. Das hätte sich insbesondere die TSG wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Und dass es bei St. Pauli so aussehen wird, war relativ klar, dass man die ganze Zeit unten mitspielt. Ich meine den Relegationsplatz würde man wahrscheinlich nehmen am Kiez. Ganz im Ernst, das ist vollkommen okay. Dementsprechend, das wird eine richtig wichtige Partie für beide Mannschaften. Und, das muss man auch dazu sagen, die TSG hat sich in den letzten Wochen durchaus gesteigert. In den letzten 3 Spielen ja 1 Sieg, 2 Unentschieden. Das ist immer noch nicht berühmt und gut, aber es ist zumindest mal ein Anfang und es wird nun mal einfach besser. Der Sieg, ja der ist gegen Bochum passiert und das klingt jetzt hart, aber gegen die gewinnt halt momentan jeder. Dementsprechend muss man halt abwarten, was der wirklich wert ist, denn die haben zwei Siege eingefahren. Kiel, Bochum. Das ist noch nicht so wirklich was. Dementsprechend, jetzt muss der nächste Sieg her. Und, wie bereits gesagt, man hat ja gegen die Mannschaften unter ihnen auch bisher beide Spiele gewonnen. Und, ich bin ganz ehrlich, ich glaube auch dieses Mal wird man das tun. Ich glaube, man wird gegen St. Pauli, die wahrscheinlich richtig gut kämpfen werden, die haben ja jetzt auch gegen RB Leipzig im DFB-Pokal richtig gut gekämpft, gut mitspielen. Am Ende aber dann bitter mit 2 zu 1 verlieren. Wir kommen zur letzten Partie um 15.30 Uhr und das ist die Partie Wolfsburg gegen Augsburg. Kann Wolfsburg den Schwung aus dem DFB-Pokalsieg gegen den BVB mitnehmen? Oder kommt Augsburg mit seinem Schwung gegen Schalke 04? Ja, okay. Aber die haben auch vorher gegen den BVB gewonnen, deswegen, das gleicht sich ja irgendwo aus. Und man muss sagen, Augsburg, boah, das ist bis jetzt so eine Saison so, ist okay, ne? Platz 12, 3 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist nicht wirklich geil, ist aber auch jetzt nicht super schlecht. Auf der anderen Seite Wolfsburg, 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ja, man hatte ein durchaus schweres Anfangsprogramm und hat schon gegen einige Mannschaften da oben gespielt. Absolut korrekt, also du hast ja schon gegen die Bayern gespielt, du hast schon gegen Leverkusen gespielt, du hast schon gegen Frankfurt gespielt, das akzeptiere ich alles. Trotzdem musst du mehr als Platz 14 sein, mit gerade mal 8 Punkten und dabei ja auch nur 15 geschossenen, 16 kassierten. Das muss anders aussehen als Wolfsburg, denn du hast einfach so eine hohe individuelle Qualität, die muss sich ein bisschen mehr noch zeigen. Platz 14 darf da einfach nicht sein, das muss einfach höher gehen. Und dementsprechend ist es gegen Augsburg hier schon für mich der Fall, dass man der Favorit ist. Ich glaube aber irgendwie einfach nicht, dass man gewinnen wird. Ich weiß nicht warum, ich habe da ein ganz dobes Gefühl bei, ich glaube am Ende wird das ein Unentschieden. Ich glaube Augsburg wird unangenehm, ich glaube Augsburg kommt vielleicht langsam, aber sicher besser in die Saison und wird am Ende ein 2 zu 2 mitnehmen. Wir kommen zum Samstag 18.30 Spiel und das ist der BVB gegen RB Leipzig. Und der BVB, oh da knackt es an allen Ecken und Kanten. Man ist auf Platz 7. 13 Punkte, 7 Punkte Rückstand auf die Spitze, auf den FC Bayern München und auf RB Leipzig. Und über die muss man jetzt halt auch schauen, oder auf die muss man auch schauen. 14 Tore geschossen, 3 kassiert. Das ist bis jetzt kein High Class Offensivfußball, aber das ist hinten brutal stark. Und vorne machst du einfach die Dinger. Der BVB hat einen großen Vorteil. Es ist im Signal Iduna Park. Wenn das im Zentralstadion in Leipzig gewesen wäre, wäre ich definitiv mit Leipzig gegangen, weil auswärts tut sich der BVB einfach brutal schwer. Aber Heim sieht da schon nochmal anders aus. Heim ist der BVB einfach besser. Dementsprechend wird das ein richtig enges Ding. Das wird ein richtig spannendes Spiel, glaube ich. Leipzig ist hier der Favorit für mich. Trotzdem, auch wenn der BVB Heim spielt, einfach auf Grundlage der momentanen Situation beim BVB und bei Leipzig. Leipzig DFB-Pokal weitergekommen, Dortmund in Wolfsburg auswärts, wie gesagt, rausgeflogen. Ich tippe auf ein 1-2 für Leipzig. Ganz im Ernst, ich wollte eigentlich auch aus Hoffnung auf Tradition auf den BVB tippen. Ich tippe auf RB Leipzig. 1-2 für die Leipziger. Wir kommen zum Sonntag und beginnen hier mit der Partie Freiburg gegen Mainz 05. Freiburg auf Platz 5. Julian Schuster, der alte Gauner. Wie die Fans so gerne singen würden. Geil. Bis jetzt 5 Siege, 3 Niederlagen. Mit Unentschieden gibt man sich nicht zufrieden. Da hat man noch 0. Auf der anderen Seite die Mainzer. Platz 13. Das ist momentan echt eine gemischte, bunte Tüte in der nächsten Mal. 2 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Bo Hendricksen, manchmal top, manchmal eher flop. Boah, das ist echt so eine Saison, die ist super schwer einzuschätzen, wie ich finde. Ich sehe hier die Freiburger eindeutig vorne. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe die sogar sehr deutlich vorne und glaube, die Freiburger werden das machen. Denn die Mainzer in dieser Saison haben zwar auch wieder einige Tugenden gezeigt, die letzte Saison schon hilfreich waren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man hat sich nicht so weiterentwickelt, wie ich es erwartet hätte. Auf der anderen Seite, Julian Schuster hat Freiburg brutal gut weiterentwickelt. Und man musste auch mal sagen, war Christian Streich vielleicht teilweise auch eine kleine Blockade für den Fortschritt? Ich maße es mir nicht an, das zu sagen, aber man kann zumindest die Frage mal in den Raum stellen. War das vielleicht schon ein Jahr auf zwei zu lang? Insbesondere vielleicht mit Blick auf die letzte Saison, wer weiß. Aber man muss ja gar nichts hier schmälern, denn Julian Schuster macht die Nachfolger einfach brutal gut. Und die werden hier gewinnen. Ich glaube, das wird am Ende ein 3 zu 1 für Freiburg. Wir kommen zur letzten Partie und das ist Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Und Werder Bremen, muss man sagen, still und heimlich mittlerweile schon auf Platz 9. Man hat Anschluss zu den internationalen Plätzen. Man hat 12 Punkte, Platz 14 Punkte, Platz 6 Eintracht Frankfurt. Das sind zwei Punkte. Das ist alles machbar. Aber auf der anderen Seite die Gladbacher Platz 11, die robben sich so langsam, aber sicher so ein bisschen da unten raus. Das ist immer noch nicht irgendwie ein schöner Fußball und das ist immer noch nicht irgendwie das, was man sich wahrscheinlich bei der Borussia erwartet hätte oder ausgemalt hätte. Aber es geht langsam, aber sicher zumindest da aus dem Gröbsten, einen Ticken zumindest mal raus. Wie gesagt, momentan Platz 11 10 Punkte. Das ist noch nicht berühmt, aber das ist okay. Jetzt spielt man heim im Borussia-Park gegen Werder Bremen. Die langsam, aber sicher immer besser in den Tritt kommen. Und ich glaube, das wird eine Partie, die ist super, super offen. Ich finde hier für beide Mannschaften tatsächlich Argumente. Ich kann mir bei beiden Mannschaften vorstellen, dass man am Ende den Sieg holt. Ich kann mir bei beiden Mannschaften aber auch vorstellen, dass man plötzlich eine Leistung zeigt, die man überhaupt nicht versteht und wo man sich dann fragt, wo ist die Mannschaft der letzten Wochen hin? Wo ist das jetzt auf einmal? Warum jetzt wieder sowas? Ich sehe am Ende, wie gesagt, keinen eindeutigen Sieger und deswegen gehe ich hier mit einem 1 zu 1. Schreib deine Tipps gerne mal unten in die Kommentare. Wo bist du vielleicht meiner Meinung, wo bist du einer ganz anderen Meinung? Schreib es gerne rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video.